Viele sprechen vom größten Datenklau in Deutschland jemals. Politiker, Journalisten, Entertainer, aber auch YouTuber sollen vom sogenannten Hackerangriff betroffen sein. Und wahrscheinlich habt ihr dazu auch schon einiges hier auf YouTube gehört. Vor allem der YouTuber Unge war ungewollt stark involviert in die Sache. Aber auch die Bundesregierung kam nicht ungeschont davon, beispielsweise auch Angela Merkel. Aber eben auch Jan Böhmermann oder YouTuber wie MrWissen2go oder Raik Anders sind gehackt worden. Doch was kommt eigentlich nach der großen Aufregung? Was sind die Folgen des Ganzen? Darüber sprechen wir jetzt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mindtristing Crew. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit. Ja, 2019 startet mindestens so spannungsvoll und spannungsgeladen, wie 2018 geendet hat. Denn mal wieder sind Chatverläufe, Adressen, Telefonnummern, Bilder und sonstige weitere private Informationen von vielen Prominenten in Deutschland im Internet gelandet. Wobei man aber natürlich sagen muss, dass diese Daten eigentlich schon im Jahre 2018 veröffentlicht wurden, im Dezember 2018, um genau zu sein. Ein System oder ein politisches Ziel steckt hinter dem Hack allerdings nicht. Und natürlich der RBB schreibt, vielmehr scheint es, als sei alles ins Internet gestellt worden, was den Hackern in die Finger gekommen ist. Ja und scheinbar sind sogar ein paar falsche Informationen unter die Daten gekommen, denn nicht alles, was da drin steht, stimmt auch. Und übrigens sind auch alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, von diesem Hack betroffen, abgesehen von der AfD. Da ist keiner betroffen. Aber welche Folgen zieht jetzt eigentlich die Politik aus diesem neuen Hack? Nun, erst einmal ist die Bundesregierung natürlich informiert und auch alarmiert. Allerdings sagen sie auch, dass die internen Kommunikationswege der Bundesregierung, aber auch des Bundestages nicht davon betroffen sind. Die Daten, die gesammelt wurden, scheinen auch nicht von diesen internen Kommunikationswegen zu sein. Das heißt, es sind keine sensiblen Daten davon betroffen und die Bundesregierung ist dahingehend schon beruhigt. Dennoch sagt man, dass dieser Vorfall, Zitat, sehr, sehr ernst genommen wird. Tja und die Behörden, die arbeiten bereits mit Hochdruck an der Aufklärung. Allerdings räumtet man jetzt schon ein, dass das Ganze einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wie viel? Das weiß man nicht. Ja und ziemlich viel Zeit wird auch in Anspruch nehmen, die ganzen Handynummern zum Beispiel wieder auszutauschen und umzutauschen und zu wechseln der ganzen Abgeordneten, die davon betroffen sind. Übrigens sind es ganze 28 der FDP-Bundestagsfraktion, die jetzt übrigens auch Strafanzeige stellt. Ja und viele weitere Politiker stellen ebenfalls jetzt Strafanzeige. Übrigens ist auch die Generalbundesanwaltschaft eingeschaltet und kümmert sich um den Fall, genauso wie auch der Verfassungsschutz. Auch die prüfen das Ganze jetzt und schauen sich das Ganze genauer an. Natürlich ermittelt jetzt auch die Polizei, aber auch das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die übrigens jetzt das Cyberabwehrzentrum dafür eingeschaltet haben. Wobei in diesem Cyberabwehrzentrum gerade mal zehn Leute arbeiten. Das heißt, ich glaube, die brauchen jetzt ein bisschen länger, bis der Fall aufgeklärt ist. Ja, für die Täter wird es jetzt eine richtig spannende Zeit. Denn wenn sie geschnappt werden sollten, dann stehen ihnen etliche Anzeigen ins Haus und außerdem auch noch sehr wahrscheinlich eine Haftstrafe. Denn neben dem unerlaubten Ausspähen und auch Verbreiten von persönlichen Daten haben die Täter natürlich auch eine Persönlichkeitsrechtsverletzung begangen. Die Kollegen von der WBS-Kanzlei vermuten übrigens, dass nun eine Haftstrafe von mehreren Jahren auf sie zukommen könnte. Wie viel es am Ende sein wird, das wird sich dann zeigen, wenn die Täter geschnappt sind und auch vor Gericht stehen. Aber was passiert jetzt eigentlich mit den gesamten Daten von den ganzen Politikern, Journalisten, Prominenten und YouTubern? Naja, der Twitter-Account, der die ganzen Daten verbreitet hat, der ist inzwischen gelöscht worden von Twitter. Und der Blog, auf welchem die Daten standen, auf denen weiterverlinkt wurde, der wurde inzwischen auch von Google gelöscht. Was allerdings nicht heißt, dass diese Daten nicht trotzdem irgendwo im Internet zu finden sein werden. Und übrigens, falls ihr euch fragt, wo denn diese ganzen Daten in den journalistischen Artikeln sind, die werden extra nicht verlinkt von den Journalisten, da sie natürlich keine Straftat begehen wollen und die Persönlichkeit der unterschiedlichen Leute natürlich auch schützen wollen. Übrigens nennen viele IT-Experten diesen Hackerangriff übrigens auch eher eine Fleißarbeit. Denn viele der Daten stammen von öffentlichen Quellen, das heißt, jeder konnte, wenn man da ein bisschen nachgesucht hat, auch diese Daten finden. Aber beispielsweise, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, sensible Regierungsdaten sind da beispielsweise nicht dabei. Und das ist auch ganz wichtig, denn ansonsten wäre das direkt die nächste große Krise für die Bundesregierung, die sie direkt am Anfang von 2019 durchstehen müsste. Dieses Problem haben sie jetzt erstmal nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass es dennoch passieren könnte, dass der Täter oder die Täter die Betroffenen erpressen könnte. Denn die Täter könnten zumindest sagen, hey, wir haben da noch weitere sensible Daten von euch und wenn ihr nicht dies und jenes tut, dann werden wir diese Daten veröffentlichen. Auch das ist aktuell denkbar. Aber was bedeutet jetzt eigentlich dieser Hackerangriff für Otto-Normalverbraucher wie dich und mich beispielsweise? Grundsätzlich können wir uns darauf einstellen, dass die Debatten rund um IT-Sicherheit nun zunehmen werden und dass sie auch immer wichtiger werden. Zudem kritisieren IT-Experten auch schon lange, dass Menschen beispielsweise, wenn es um die eigene vier Wände geht, total sicher sein wollen und beispielsweise weitere Alarmanlagen installieren und einstellen, während wir online allerdings denken, ach, naja, so wichtig ist das Ganze gar nicht. Also da wird wahrscheinlich auch mehr Bewusstsein herrschen und auch mehr Bewusstsein eintreten bei den Leuten. Denn kriminelle Machenschaften, wie zum Beispiel der Identitätsklau, kann online im Prinzip jeden treffen. Wenn Kriminelle sagen oder wenn Kriminelle online ihre kriminellen Aktivitäten ausüben, dann können sie dann beispielsweise online auf unschuldige Menschen abwälzen, indem sie ganz einfach Online-Accounts, Social-Media-Accounts hacken. Ja, und ein Erfahrungsbericht eines SPD-Bundestagspolitikers, der bereits im März 2018 gehackt wurde, zeigt ganz eindeutig und eindrücklich, wie ich finde, die Gefühlslage von Opfern. Das ist ein extrem mieses Gefühl. Die haben meine Identität geklaut. Man fühlt sich wehrlos und schutzlos. Mir ging immer wieder ein Gedanke durch den Kopf. Wer weiß, was die noch alles unternehmen. Ich hatte Angst um meine Familie und um meine Mitarbeiter. Beispielsweise wurde auch sein Amazon-Konto gehackt, was bedeutete, dass die Kriminellen ihm einfach irgendwelche wirklich dubiosen Artikel vor die Haustür liefern konnten, die angsteinflößend sein sollten und die zeigen sollten, hey, wir wissen, wo du wohnst und wir haben die Macht über dich. Übrigens, solche Cyber-Attacken oder solche Attacken, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, kosten laut dem Tagesspiegel jährlich ca. 50 Milliarden Euro. Allein in Deutschland. Und das ist schon eine ganze Menge Geld. Und ich bin mir sicher, auch diese neue Cyber-Attacke hat sicherlich und wird sicherlich wieder einiges an Steuergeldern verschlingen. Aber jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr denkt, ob ihr beispielsweise online gehackt werden könnt. Glaubt ihr, das passiert euch mal oder eher nicht? Stimmt gerne mal im i darüber ab und lasst uns auch in den Kommentaren darüber diskutieren, was dieser Hack jetzt zu bedeuten hat. Beispielsweise wurde die AfD ja komplett gar nicht gehackt. Hat das irgendeine Bedeutung oder eher nicht? Diskutiert mit mir gerne in den Kommentaren, abonniert auch gerne den Kanal und ansonsten sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Bis dann auf jeden Fall. Euer Marvin und bis dann.